Willkommen zu Goldseminator zusammen mit Faluten. Hallo, das bin ich. Was machst du da? Ich fahr Auto. Oh nein, ah. Faluten, ich hab für heute kein richtiges Ziel, aber wir entdecken einfach ein bisschen, okay? Okay. Hey, mein Auto. Ich mach's kaputt. Okay, ich bin plötzlich im Thronsaal. Wie? Ja, ich wurde, ich glaube, ich bin gestorben oder so. Komm mit, wir gehen ein bisschen hier lang. Okay. Pro-Buch-Coacher. Hallo, guten Tag. Hallo. Wie kann man hier... Alter, was hat das gebrochen? Ich hab jetzt einfach so einen Sack. Ah, stimmt. Lass nämlich mit. So, wir können weitergehen. Boah, ist das eine große Stadt. Sorry. Mit dir kann man nichts machen. Aua, was denn? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab mich gehauen. Hey, die machen das halt so. Die geben sich mal Kopfnuss. Warte, steig in mein Auto, Maxi-Faing. Okay, du. Warte, ich schnapp ein Auto. Komm, steig ein. Ja, ja, steig ein. Au, ach, da schmeißt du mich rein. Warte, warte. Ja, sorry. Du steigst ein. Warte, du bist mich nicht. Erhalten. Erhalten, ja. Ja, ich bin drin. Hey, cool. Ich kann bestornigen, ne? Okay, du lenkst. Ja, ich mach das. Du suchst kurz aus, wo wir hinfahren. Okay. Ja, wir gehen zusammen wandern. Das wollte ich schon immer mal mit dir machen. Ich bin aber nicht gut im Wandern. Doch, du bist sehr gut im Wandern. Ich bin gar nicht. Ich park hier das Auto. Komm, ich bin. Aber ein schöner Sonny-Göter zusammen mit Maxi-Frei und Paletto. Guck, ich findest mein juicy Po. Hast du auch so Euter? Nee, hab ich nicht. Nee, guck dir mal meine dicken, saftigen Euter an. Bisschen neidisch, ne? Sehr neidisch, ja. Willst du mich melden? Äh, komm her. Ja, warte, warte. Kann ich, warte, ich kann nicht. Äh, was macht der mit dir? Äh, was macht der mit dir? Äh, Maxi-Frei, du musst mir helfen. Er hält mich fest. Sag mal. Was für... Hau ihn kaputt, hau ihn kaputt. Ja, mach ich. So, komm. Ey, guck mal, der sieht aus wie du. Der wandert auch wie du immer. Der hier wandert bestimmt auch genauso, oder? Ach, das kann doch langsam nicht mehr wahr sein. Genau so. Eigentlich ist doch hier irgendwas mit Lava. Hm? Ja, ich glaub, warte mal, wenn er hier mitkommt. Oh, guck mal. Ein Spiel gegeneinander. Ja, der Boden ist Lava. Eins gegen eins, Valuten. Das kämen wir gut. Ah, endlich. Okay, okay, okay. Bereit, los. Aber ist jetzt schon irgendwas ganz heiß? Bis jetzt noch nicht. Nee, ich sehe nichts. Äh, ich gehe einfach mal hoch. Ja, mach das. Ah, du bist du auch, hallo. Ja, hörst du? Nein! Ah, die, nein, ich sehe. Oh, die Lava kommt. Oh mein Gott. Valuten, was machst du? Ich habe gar nichts gemacht. Oh nein. Ich sehe den Leiter. Ja. Oh, ich habe das sogar freigeschaffen. Ah, nein! Nein! Nein, du kamst. Oh, ich bin eine Revant. Du kamst aus dem Nichts gerade. Ich habe mich so gefreut. So, jetzt wird hier Angst gespielt, mein Junge. Jetzt gibst du auf den Kopf. Ich war freundlich zu dir. Ja, und? Ja, okay. Nimm du durch den Weg. Ich gehe woanders lang erst mal. Okay. Alter, hier sind ja. Oh, hopp. Und hopp. Ah, ich sehe dich da oben. Oh, da kann man, kann man da. Nein. Nein! 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 Ey, wir lieben beide. Ja, Mann, die Comebacks gefallen. Ich laufe. Ah, ich wurde gebrannt. Ja! Sieger! Woo! Warte, du bist auch gut. Komm mit auf den Berg. Woo! Ist auf dem Berg was Cooles drauf? Ich muss dir was zeigen. Ja, klar, ist immer was Cooles. Ich muss dir was zeigen, Frau Lugen. Pass auf, warte. Ja. Stell dich genau hier hin. Ja, okay. Genau, zeig mir dein Po. Warum soll ich dir immer deinen Po? Nein, alles gut. Nein, du willst einen komischen Kram machen. Nein! Nein, bleib so stehen. Bist du bereit? Nein, Mann, ich will jetzt meinen. Ach, du bist bereit. Komm her! Hilfe! 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 Was machst du da? Ich schieße dich wohin. Pass auf, das wird cool sein. Nein, ich will mit dir nichts spielen. Hilfe! Boom! Oh, Alter. Hey, hol. Oh, wie weit du geflogen bist. Was gibt es bei dir da hinten? Oh, das hat richtig geknackt. Das ist schön hier. Soll ich zu dir kommen? Oh, nee, nee, nee. Warte mal, ich hau den hier weg. Ich hau den weg. Wee! Den hau den weg. So. Hier steht jemand an der Kante. Ich sehe dich nicht, aber ich schieße mal jemanden zu dir, okay? Okay. Bist du bereit? Sie kommen zu dir! Ah, ich fange sie. Ich fange sie. Ich fange sie. Ja, drauf hier. Lass mich platt schmecken. Gut. Hallo! Hallo! Willst du ins Wasser springen? Ja. Warte, ich mache hier. Und auf, auf das Ding drauf. Oh, und in die Rutsche. Wee! Oh. Ja, das am Ende sah ein bisschen unspektakulär aus. Du bist unspektakulär. Gar nicht. Ich zeige dir jetzt genau, wie das geht. So macht man das nämlich. Hey, da gibt es den Schwimmreifen. Und? Ja! So, so. Oh! Ich bin rausgerutscht. Wee! Wupp! Hey, Junge. Hey, ich fange mal raus. Ich kann nicht rutschen. Oh, Gott. Aua. Oh, hier gibt es vielleicht keine Rutschen. Alter, er traut sich, glaube ich, nicht zu rutschen. Hey, ich helfe ihm mal. Wee! Ich komme mit. Wee! Oh, ich sehe dich. Ich sehe dich. Nein! Uff! Der Junge, der kann nicht rutschen. Nee, wirklich nicht. Wir fahren den nochmal kurz hoch. Denk dran, ich habe keinen Führerschein. Ich bin nicht so gut im Fahren. Ja, doch. Du bist super. Dann fahren wir hier links. Wir fahren den. Hab eine Idee. Siehst du mal? Egal. So, okay. Ich kann den Kran steuern. Ich gebe dir gerade die Kugel runter. Du musst dich mal ranhängen, okay? Ah, ja, ja. Ich schlecke mich dran. Ah, jetzt sehe ich dich. Okay, häng dich ran. Ich packe meine Zunge dran. Bist du dran? Ich kann sie nicht schlecken. Ich kann das Ding schlecken, aber nicht... Wolltest du gerade überfahren? Ja, das war nicht nett. Ich bin drauf. Oh, oh. Nein, ich glitsch weg. Nein! Aua. Okay, Paluten. Siehst du die Kugel? Ja! Guck mal, wie viel Schwung sie hat. Alter, das ist die schnellste Kugel, die ich jemals gesehen habe. Hab ich auch was? Alter, das war zu stark. Du kannst nicht mal den Menschen da wegmachen. Der ist auch zu stark. Ja. Ja, du kannst ihn weghauen, aber ich nicht, oder was? Ja, oh, Alter, was? Der Kran ist irgendwie kacke. Lass doch den Kran in Ruhe. Da kann man kaum was mit machen, ey. Hier oben gibt es einen Bauarbeiterhelm. Hab. 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 Hast du auch den Bauarbeiterhelm? Hier oben, wo ich bin, gibt es den Bauarbeiterhelm. Hab ihn. Was kann der? Kann der irgendwas? Du kannst den auf den Kopf drücken lassen. Guck mal, du musst ganz oft F drücken, dann fallen Sachen vom Himmel. Aua. Aua. Das hört immer auf meinen eigenen Kopf. Aua. Ey, da kam ein Mensch sogar runtergeflogen. Jaja, guck mal hier. Albert heißt der. Au. 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 Ah, nein. Nehm ich jetzt einfach mit? Ja, nehm ich mit, Maxify. Alles gut, ich nehm dich so mit. Ja, du musst mich jetzt auf Abenteuer mitnehmen. Ich? Weil ich hab einen Schwächeanfall, Maxify. Ich merk das schon. So, wir springen jetzt hier zusammen rum. Wee. Ich nimm dir jetzt einfach mit, du bist jetzt einfach tot. Du bist jetzt mein Toluta, Paluten. Ich leb doch noch, Maxify. Nur meine Beine sind sehr schwach. Bist du gerade irgendwie so Müllhammer, wo ich dich reinpacken kann? Äh. Paluten? Du bist unter der Map? Ne, ich bin bei dir. Bei mir bin ich noch da. Ah, ne, okay, dann mal. Nya. Oh, Paluten, wir gehen. Ich hab nie ideae, was ich mit dir mache. Entschuldigung, geht mal weg. Tschüss, Paluten. Tschüss, Maxi. Da ist ein Hut. Das war schön mit den Paluten. Ja, es war der schönste Tag in meinem Leben. Mein Auto. Bis dann. Tschüss. Du lebst genau. Wieso geht das eigentlich kaputt? Wieso bist du so hart da drin? Ich fliege immer weiter in den Himmel. Jetzt bin ich tot. Ich falle jetzt runter. Ich falle als Ei wieder. Ja, okay. Ich fragte mal, bis du aufkommst. Das dauert lange. Ich segle irgendwie so ein bisschen. Siehst du mich auf der Karte? Ja, auf der Karte sehe ich. Wenn ich da oben gucke, sehe ich auch deinen Namen da oben. Ich komme so ganz langsam runter. Lass die Zeit. Da bin ich. Hier, 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 hier. Nein. Ich fange dich, bevor du aufkommst. Sonst gehst du... Ey, du bist geschlüpft. Ja. Au. So, okay, Leute. Das war es mit Ghosts-Terminator. Zusammen mit Paluten. Du wusstest, dass das kommt, oder? Ich kann hier einfach nicht mehr drauf. Und falls ihr noch weitere Videos sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo. Da schaut auf jeden Fall bei Paluten vorbei, der gefühlt seine 400. Folge zu Ghosts-Terminator schon hochgeladen hat. Da seht ihr noch mehr zu dem Spiel. Und ja, ich würde sagen, das war es. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Wee.